Einkaufen wird für viele Familien zum Stresstest. Die Inflation ist das größte Alltagsproblem der Menschen in Deutschland. Und man muss sich fragen, was macht die Ampel? Der Bundeskanzler spricht hier gestern in einer Regierungserklärung und erwähnt den Begriff Inflation kein einziges Mal. Und gestern treffen sich die Koalitionsspitzen der Ampel. Heute Morgen lese ich in den Nachrichten, die wichtigen Themen wurden ausgeklammert. Das Thema Inflation haben Sie nicht besprochen. Sie haben keine Beschlüsse gefasst und so geht es nicht.